Guck mal, der hat sich sogar entschuldigt, ob wir das nicht gedrückt hat. Ist doch nett, oder? Jo. Vielleicht war der auch kack. Das kann natürlich sein. Okay, Jungs, auf geht's. Ah, zack. Anschluss, ja, erstmal in deren Hälfte hier. Mal, Crash-Ziehme in deren Hälfte. Schafft den. Haben die nicht, haben die nicht. Oh, okay, okay. Hab ich, hab ich, hab ich. Achso, okay, hast du. Oh, sorry, sorry, ich konnte nicht mehr weg. Ich konnte nicht mehr weg. Ja, alles gut. Er dürfte nicht so aufgeregt sein, dass er ganz normal so Rocket League spielt, wie sonst. Ich hab euch auch gehört. Ja, der war wichtig. Oh, gut, Marius. Schön. Die spielen auch mit Rückpass, Jungs. Taktischer Rückpass haben die Gegner auch drauf. Hm, aber wirklich. Schön, Daniel. Oh, sauber, Daniel. Oh, die sind ein bisschen ekelhaft, bis jetzt. Ja, Marius, das ist ein ganz normales Rocket League. Sie sind schon in Sekunden gespielt hier. Ja, 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 schau dich nicht einmal. Ah. Okay. Sorry, Daniel. Geht drüber. Doch, nur ein Typ, der die... Schade. Oh ja, oh ja, senk dich. Ah, ich hab keinen Boost, ich hab keinen Boost. Geh wieder zurück. Ach, scheiße. Nu, aufgehalten. Ja. Geht nochmal ran. Oder ist der... Geht nicht. Der wäre nicht gegangen. Lass mir doch die Parade, Daniel. Ja, hast fast hergekriegt. Deine. Hab ich. Ja, ich will auch nehmen. Ich komm mit. Oh, dann verkack ich mich. Ich verkack mich alle. Ja. Ja. Sauer. Sehr gut gemacht. Schön, Daniel. Schön, Marius. Gestört. Äh, ich Defensive. Oh, komm. Ich bin hinten. Äh, scheißen, Dreck. So. Oh, sehr gut. Optimal funktioniert, wie ich es geplant hatte. Schön, Marius. Gestört? Ja, schön. Nein. Scheißen, Dreck. Bin hinten, bin hinten. Leider, geh du. Ich bin hinten. Ja. Man. Sag mal, Marius. Alter. Oh, der ist gut. Ich dachte, das wäre Smart Bench. Den auch aus den Hauer. Bring ihn nochmal. Oh, ja. Er macht's mir für mich zu Ende. Ah. Gestört. Nein. Bisschen geblockt. Boah. Oh, nein. Da war der tatsächlich von mir da. Oh, Vorsicht, der ist. Gibt dich. Nicht. Oh, nein. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Schön, Marius. Sehr gut. Daniel, du. Sehr gut. Sehr gut. Ich... Scheiß. Scheiße. Hinten ohne... Ohne Boost. Wohl schnell. Ich hab's aber. Nee. Ah, okay. Oh, da ist kein Boost. Der hat mir nicht ließ. Ach, okay. Das ist natürlich belastend. Aber der war schon lange jetzt. Jetzt kommt der aber. Jetzt kommt der aber wahrscheinlich dabei. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Ich übernehme einfach... Daniel, mach du. Ja, und bin hinten. Boah. Schade, Marius. Oh, ja. Nein. Scheiße, der war vor mir am Ball. Der ist sehr gut. Oh nein. Schade, Marius. Ich bin hinten. Ja. Fahr, Lucas. Okay. Ah, sehr zentral, aber. Hab ich. Schön. Hab ich. Ah, scheißen Dreck. Schön. Stark, Daniel. Komm direkt zurück. Hab ich. Jo. Blinken. Ich hab den Typen weggerammt. Schön, Marius. Ah, scheiße. So close. Der will ich zerstören. Boah, Daniel, sauber. I love you. Aber, Lucas. Ach, scheiße. Ich hab leider gar keinen Boost. Hab ich. Deiner, Marius. Sauber. 1-0-Sieg. Boah, die waren richtig. Wollen wir mal machen. Warte. Der wird nochmal giftig, eventuell. Ja. Reinlassen, reinlassen. Die waren richtig gut. Die waren richtig gut. Nein. Da war echt ein, zwei, boah, diese eine Parade da in der letzten Sekunde, oder 20 Sekunden vor Ende, Daniel, die war jetzt echt. Die war wichtig. Ja, die war auch knapp, Alter. Ja, richtig, 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 ja. Aber ich sehe gerade, so wenig Schüsse hatten wir auch nicht, ne. Also, wir hatten beide fünf Schüsse, also war jetzt auch nicht komplett, komplett unverdient. Äh, ja. Nice. Aber gut. Gut, gut, gut. Oh, schon direkt. Die Rack geht's weiter hier. Anti-Mate. Anti-Mighty-Mighty-Mighty-Mighty-Mighty-Mighty-Mighty-Night. Bestimmt sind die kein... Nice von Scanos Team. Scanos ist wieder am Start. Controller vibriert, okay. Ja, die guckt gerade zu weit. Feiert unseren Sieg gerade. Für jedes, für jedes Zon, für jeden Sieg, leg die ein Kleidungsstück ab. Cool. Bitte mit Foto. Das habe ich gehört. Möchte ein Foto haben. Ja, Marius, du kannst auch mal A drücken, dann geht's los. Das sind nur drei Teile, schreibt sie. Er hat coole Autos gesagt. Cool. Wir brauchen nur drei Siege, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das Newt. Schön geblattert. Okay. Ja, ein Sieg hat mal schon. Mal erwähnen. Stimmt, ein Sieg hat mal schon. Das können wir auch nicht wieder im Lost-Trop für Runde zwei. Ja, stimmt. Aber wir haben schon so starke Gegner gerade rausgeboxt. Schön. Wir nehmen gerade das Tor. Ist auch wichtig. Ich habe den nur gehalten, weil ich mich auch in real life gerade nach rechts gelehnt habe. Scheiße, der ging vorher gegen meine Fahrtrichtung. Scheiße. Ja, nicht unterkriegen lassen. Ja, ja. Konntest du echt nicht halten. Auf den falschen Rädern erwischt der Typ einfach nur. Ah, scheiße. Ich bin tot. Ich habe den berührt. Ich übernehme hinten. Ich muss Havik rufen. So. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Kommt direkt zurück. Ah, ich war zerstört. Wieder. Oh, sofort auf den. Das ist doch so. Bastard. Havik. Danke, Kollege. Bin hinten. Shout out. Ah, ich habe ihn weggeräumt. Gut. Schön. Ah, jetzt nimmt er mir den Boost weg. Ah, jetzt habe ich boost. Schön. Ja, kommt jetzt aber direkt. Ah, da verkackt er. Schön geblockt. Ich bin hinten. Bin hinten. Ah, der blockt den. Sorry. Ich stand mega falsch. Ja, was denn? Verdammt. Der wurde, mein Schuster-Wort hat hart, mies geblockt, sodass der direkt vor unser Tor fällt. Egal, offensiv, würde ich sagen. Entweder machen wir das oder wir machen das nicht. Das ist richtig. Ich stand da richtig blöd. Oh, der ist gut. Ja, sehr gut. Ich hätte den Bein auch nicht gemacht, aber egal. Boah. Er war immer ein richtig guter Pass, Mario. Also, war zwar ein Schuss, als Schuss gedacht, aber am Ende war es super. Aber er war wirklich schwierig. Und ein Schildabfluss, genau, schwieriger, schwieriger Ball, hast du super getroffen. Er hat eigentlich auch schon verdient gehabt, so zu werden. Ah, der ist scheiße abgefallen. Schade. Daniel macht den aber. Ein bisschen offensiver. Nein, leider nicht. Die Mitte Linie. Lockt. Kommt. Zeit rausgebucht. Geht nicht. Ich geh drauf, ich geh drauf. Ja. Scheiße, der hat den super. Bin hinten. Diese beiden sind auch, äh, die, alle sind offensiv. Oh, wieso geh ich da rein? Ach man, das war mein Fehler. Stand falsch, hätte ich da hinten bleiben müssen. Ich war die ganze Zeit überlegen, soll ich jetzt fahren? Mann. Ah, shit. Egal. Wir haben noch zwei Minuten, alles gut. Jo. Die sind offensiv, die können wir durch den Konter aus... Kontern. So, ich bin ein bisschen offensiver, also in der Mitte Linie. Ja, ja, alles. Wohl jetzt, nee, jetzt bleib ich jetzt. Weil der ist mir zu gut. Schön. Gott. Jetzt kommt der Pass. Hups. Ah. Ah, leider nicht gut genug. Nice genug in ihm, bitte. Scheiße. Das war wichtig, dass du da noch dran warst, Marius. Mhm. Ah. Ah, sch... Sorry, ich bin davon ausgegangen. Scheiße. Ja. Ja, ja, gut. Ist ja mein Fehler. Ich bin auch davon ausgegangen. Ich hab da probiert, halt, vorher jemandem beizukommen. Ich glaub, da kann ich mich ja gleich wieder anziehen. Ich schreib's gar anders gerade. Ich hab noch keine Fotos bekommen. Ist so. Wir haben schon einen Sieg. Ja, wenn wir jetzt ein Tor schießen, dann ist es vielleicht noch... Ah, da kommt der natürlich dran. Scheiße, nicht weg. Na, okay. Ja, ist alles. Ja, scheiße. Na egal, alles ist alles versucht. Aber in der zweite. Wir durften auch keinen 7-1 werden lassen. Das ist echt immer bitter, dass wir hier zu arm, Mann, ey. Dass wir hier mal im zweiten Spiel rausfliegen. Sehr gut. Vor allem, die ersten waren so gut. Die machen wir locker. Ja, gut, locker nicht, aber... War auch locker. Weil die Typen hier sind schon besser als die ersten. Ja. Sind doch wieder früh am Ball. Ja, als ich immer. Obwohl die so offensiv sind, muss man einfach sagen, die haben unsere Bälle immer gut abgefangen. Also immer, wenn wir Klärungsversuche hatten, haben die den sofort wieder in unsere Ecken oder vor's Tor halt reingehauen. Also, wir können uns nie wirklich befreien. Und keine wirklichen Konter setzen. Muss ein paar mit dem Rundungsverkommen. Okay, für jedes Gegentor kriegen wir, äh, zieht Scanus ein, ein, äh, ein Oberteil, äh, ein Kleidungsstück aus, hab ich gehört. Ein Körperteil. Dann auch nochmal so ein paar Runden. Alter, also... Hey, kein Siebenhain. Ja, grad geht ja wirklich... Grad geht ja wirklich jeder Schuss ran. Wow, schreibst du. Ja gut, also ich verteidige jetzt halt, auch wenn ich hinten spawne, und ich fahr jetzt immer sofort mit nach vorne, also ich verteidige jetzt auch gar nicht. Ja, die hier. Letztes Tor entscheidet. Hab ich ja auch gehört. Also, und dann kommt da sowas. Oh, scheiße. Und dann kommt da sowas. Okay, jetzt müssen wir wieder verteidigen, weil Letztes Tor entscheidet. Starker Wannenball da, Marius. Schreib das mal bitte, einer noch. Last go, win. Ich muss fahren. Schreib ich. Hast Zeit, hast Zeit. Zeit. Ja, ne, scheint nicht so, als ob die Neunton schießen würden. Ist gut. Klassiker. Klassiker. Hm, ja, das... Ja. Bisschen zu hoch, aber... Ja, wie gesagt, nach dem 4-4-0 oder 4-1 war das ja da. Hat mir ja gar keine Ordnung mehr. Er war ja durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.